Wenn du dich tragen möchtest, zurück zu tragen, dann ist die Grenze, und so war das nachher. Das sagt man jetzt einfach nicht. Ich finde das natürlich super, wenn ich meine Schwester, die in 23 Jahren in Bangkok kam, und sie ist eine weltbereisende Frau, sie sagt natürlich, wir hatten einen Autosexer, nur als wir in der Schweiz geboren wurden. Wir haben natürlich schon auf einem hohen Niveau jammert, das muss ich sagen. Es ist jetzt einfach so, wenn man die ganze Welt einen Blickpunkt nimmt, ist es so. Aber es gibt sicher Dinge, die man, wenn ich diese politischen Sachen verfolge, da haben leider Partien zu viel Kraft. Und ich komme jetzt aus dem ehemaligen Gemeindepräsident, dort haben wir die Sache bezogen. Die Sache angeschaut, entschieden, ohne Parteieinfluss. Und dann möchte ich sagen, da kommen viele besser und schneller raus. Das ist das, was ich hier bin. Nein, nein, nein. Und da mache ich für keine Partie irgendwie eine Frage. Es ist eine zedenfalle Partie. Wenn das heute nicht mehr riskiert und gemacht wird, verwundert mich heute. Wirklich zum Teil nicht mehr. Ja. Es ist einfach heute Organisationen, Organisationen, und hier dagegen, und da hervorschrifft, und da noch etwas hervorschrifft. Und da kommt nur noch eine, und das muss man auch nicht bringen. Und da verkleidet es noch viele Leute, die sagen, ja nein, ich will anders sein. Danke. Danke. Danke.